Ja, wir sind hier. Ja, wir sind hier dem schönsten Moschee, die ist ganz groß und hier war jetzt unsere Klasse. Ja, wir wollten unsere Klasse mal gleich mitfahren. Und, wie fandest du deinen Ausflug zum Moschee? Hallo Leute! Ey, das Foto machen! Die Moschee ist cool, Leute, wirklich. Ich hätte euch befreundet. Aber erst, er redet so die ganze Zeit über den Islam und was so gleich ist mit Christen. Und dann haben wir noch eine Führung durch die Moschee und so. Und das ist ein Teppich, das ist der größte und einzigste der Welt. Der kostet über eine Million Euro. Der kostet über eine Million Euro. Und den hab ich bezahlt! Ja, das müsst ihr euch reinziehen, kommt alles hierher. Ciao, ne?